jetzt zwei Blutrünstig oder ein 1 eigentlich denke ich mal jähne noch ein Blutrünstig noch ein Blutrünstig na und trotzdem spiel ich besser als du das wäre ja schon Schwarm und alles klar wo waren dein Schwarm in dieser Runde mir dann guck doch mal meine Stats du Mungo brauche ich nicht Mungo die sind mir zu schlecht nächstes Mal nämlich ein Lotso oder nee komm ich weiß nicht ob der Obi sterben tue ich so oder so McDonalds 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 Blutrünstig, Blutrünstig, ich brauche nur noch ein Blutrünstig Blutrünstig, Blutrünstig bababababababababab komm schon ein Blutrünstig mehr will ich nicht vor allen Dingen mit der Skorpion habe ich diesmal was übelst geiles gerissen hätte ich nicht gedacht weil ich die Waffe ja gar nicht mag also nicht so richtig nur ein bisschen WTF WTF den hätte ich eigentlich gesehen nein die Mongos greifen an I gonna nuke yeah haha oh oh nee jetzt haben wir jetzt haben wir wieder übelst die Noobs drin ein Gegner-Team oh nein man merkt's lol nachladen oh cool eine Diamant krass kaum schon ein Blutrünstig mehr will ich gar nicht was machen die alle in meinem Haus geht's euch noch ganz gut verpisst euch alle mal aus meinem Haus mein Häuschen ja 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 jetzt können wir wieder auf cool tun nein krass man voll krass aber obwohl ich ähm Hunde und sowas hatte war mein Score doch gar nicht so gut finde ich irgendwas bei 30 ist jetzt nicht so Chabobabbo mäßig vor allen Dingen wenn jetzt die ganzen guten im Gegner-Team sind dann lose ich ja noch mehr ab was machst du denn du tube mal woanders oh oh nein 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 verpiss dich du scheiß Roboter Blitzschlag Blitzschlag wenn ihr was unfaires haben wollt nehmt einen Blitzschlag der ist immer unfair nein oh Gott was macht das Vieh hier bei mir in meiner Bude das Drecksvieh vor allen Dingen seit wann kann das die Treppen hier hoch gehen das ist immer ganz neu WTF ich dachte schon die haben noch eins aber ist dieser mal diesmal ist er für uns und ich gehe trotzdem sterben sterben denn das Geschütz oh das Geschütz das muss als nächstes dran glauben oh jetzt nehmen wir hier erstmal zack noob jub ah Mist komme ich nicht hin was ist das denn für ein Kack yay zerstört aber sowas von 26 26 4 mhm haha Gott sei Dank kann ich ihn aufhalten von den guten Scores oh wow komm schon man 5 Kills okay das war Nummero 2 Nummero 2 und es laggt ja wenn es laggt was kann ich denn dafür 1 scheiße jetzt kommt der wieder sind der Tag na wo ist er 2 oh nein ich bekomme wieder gar keinen oh Gott komm schon nein hinter mir ist einer na komm her scheiße schnell hier hoch fändlicher Blitzschlag das beste was man machen kann ist im Haus bleiben da ist es wenigstens sicher nur leider nicht vor Noobs aber vor Blitzschlägen besser als nix ja 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 tolles Spiel ein dreckiges blutrünstig will ich doch nur wenn er die Entfernung sieht das sagt doch schon alles oder wie bekloppt diese Shotguns sind lol abgestürzt krank hä klar es stürzt nur bei mir ab das Spiel ist unfair so unfair das glaubt ihr ja gar nicht der spielt auch mit der Skorpion toll ne 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 oh Gott oh Gott oh Gott überall Noobs und jetzt kommt noch so ein scheiß Roboter ok ok noob 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 tube nein mit seiner verdreckten Skorpion ihm geht's doch nicht mehr ganz gut oder hinhocken und abhauen oh Gott jetzt mach ich hier dem Spiel wieder alle Ehren kann man schon sagen oh Gott ich werf einfach mal so C4 in die Menge weil ich nix kann wow 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 töte den anderen ja genau aber doch nicht mich nee man shit einen vor Blut rünst jetzt hat's wieder geleckt was hab ich denn hier für ein verdreckten shit boah einer hätte mir noch gefehlt glaube ich so ja ja glaub mir nur die Dinger ich brauch die hier nicht neeeeeein 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 ok das reicht ja ja der Beste hat 50 21 krass boah nächstes Mal camp ich wieder mehr he he zumindest bleib ich mehr im Haus das geht nämlich mal gar nicht hier draußen bis die ganze Zeit auf dem Schlachtfeld und wird zerbombt zerschossen und zerstückelt all Germans are bad mhm all American are bad Nein weil der auch weiß dass wir alle deutsch sind mhm wieder so ein übelster Mega Pro Jemen ja ich nehm gern Jemen kommt schon Leute ist doch gar nicht zu spät wir gehen aus der Lobby yeah standoff nein oh Gott da oben kämpft wieder einer und dort ist noch so ein Babo und es leckt und es leckt und es leckt na komm her na komm her na wo sind sie die YOLO Swagger ist ich ja hinter mir haha lol was macht der denn oh Gott da kämpft wieder einer am Fenster auch ganz nett iiiiio Biest mhm mit ner Shotgun ja sollte er ein Noob stehen aha ne da kommt wieder Orbi oder so irgendwas krankes ne ne ich hab gezielt und nix nix ist los nix fantastico nix nix wirklich nix Shotgunner vor allen Dingen auch noch Diamant als ob ne normale Shotgun nicht schlimm genug ist nee der wollte sich grad umdrehen ja ich schieße den erstmal in seinen Bauch mhm damit der mal was zu essen hat woher sieht er das die haben doch hier wieder Drohne oder irgend sowas haha hab ich dir deine Tour versaut du dreckiger Bob voll No Scope und jetzt hat's geleckt krass so stell ich mir das perfekte Call of Duty vor ne da springt der was ist denn mit dem zu viel Koks genommen zu viel Koks genommen anderer Weg okay sicher von hinten sicher nicht sicher unsicher sicher lol guckt ich hab's so gemacht wollte nachladen aber normalerweise schießt der ja dann weiter aber irgendwie bei mir wieder nicht das Spiel mag mich nicht ne wirklich nicht ja mehr habt ihr nix wollt ihr mir irgendwas sagen irgendwas nicht nur dass wir in der Unterzahl sind nein die sind auch viel besser als wir und bringt's mir was nein oh Gott ne ganze Armee voller Shotgunner mein größter Albtraumwart war krank wie krank ist das denn boah jetzt schlage ich aber zurück jetzt spiel ich genauso nur wie die man muss nur auf Entfernung bleiben dann haben die eigentlich nichts zu sagen der Zeitplan ist